Hallo, mein Name ist Kathrin Dokter und wir sind hier in Liegest in der wunderschönen Weststeiermark und ich darf euch heute ein bisschen über meinen Betrieb erzählen. Wir sind ein Familienbetrieb mittlerweile mit drei Generationen, weil ich bin jetzt auch schon voll involviert. Wir haben Obstbauweinbau und bald 40 Jahre Buschenschank und das fühle ich mit meinen Eltern und meine Großeltern der Wallnacht zusammen. Wir haben einen sehr großen Buschenschank und natürlich erfordert das auch viel Arbeit und viel Fleiß, weil wir doch noch alles selbst produzieren von den Mehlspeisen her, von den ganzen Fleischprodukten. Sogar teilweise haben wir selber Schweine eingestellt und vor allem in der Hauptzeit im Sommer und im Herbst bin ich wochenends fix immer im Buschenschank und schaue, dass ich unter der Woche, wenn ich Zeit habe, den Papa auch im Weingarten kräftig unterstützen kann. Ich habe 2017 die Weinbauer Fachschule Silberberg abgeschlossen und bin letztes Jahr im März mit meinem Weinbau und Kellermeister fertig geworden und teile mir eigentlich die Arbeit im Weingarten und Weinkaller mit dem Papa auf. Mehr natürlich im Weinkaller, weil ich sage Weingarten, der Papa ist noch jung, tragt davon und alles, das macht er lieber als ich und das passt für mich auch ganz gut. Mir ist vor allem wichtig, dass ich im Herbst dabei bin und dass wir uns wirklich ausreden, wie wollen wir unsere Trauben verarbeiten, wie wollen wir die Weine genau nachher veredeln und vergären und so weiter. Und da gebe ich bei mir auch viel freie Hand und wir arbeiten da echt super zusammen. Wir vermarkten den Großteil unserer selbst erzeugten Produkte über den Buschenschank und der Rest bei uns ist ab Hof, was sich wirklich auf sehr viel verschiedene Edelbrände, frizzante Weine, ab Weiß, Schülcher oder Rotwein und auch sehr viel verschiedene Essige, was so ein billiges Hobby vom Opa ist, eben konzentriert und wir sind sehr stolz auf unsere breite Produktpalette und das ist halt der Vorteil, wenn man so viel hat, dann ist für jeden etwas dabei und das merkt man auch dann im Buschenschank. Das Schöne in meinem Beruf ist einfach, dass ich mir die Arbeitszeit im großen und ganzen Server einteilen kann. Ich bin voll an der freien Natur, ich habe immer Bewegung. Ich meine, wäre es nicht gern sein eigener Chef, sagen wir uns ganz ehrlich. Ich habe immer Zeit für meine Familie. Klar ist es viel Arbeit und mit allem verbunden, aber ich würde es nie anders machen. Ich hätte mir nie was anderes vorstellen können und für jeden, der was kontaktfreudig ist, gern und leid, ist das auf jeden Fall wirklich eine tolle Gelegenheit und ich kann es jedem nur raten, der aus einem Familienbetrieb daheim hat und auch Interesse daran zeigt, dass ihr den weitermachen macht, macht es den Schritt. Es ist wirklich schön, du kannst dir wirklich alles selber einteilen und es ist doch schön, wenn die Geschichte weitergeht und ich glaube, meine Eltern könnten nicht glücklicher sein, dass sie das wirklich weitermachen möchten und ja, was soll ich sagen, es ist einfach meine Berufung.